Bereiten Sie sich darauf vor, von der faszinierenden Anziehungskraft von Uredplassen verzaubert zu werden, das sich entlang der malerischen Helgelandküste in Norwegen befindet. Ein architektonisches Wunder. Sorgfältig entworfen von Haugen Zoha, Architekter AS, entfaltet sich ein atemberaubendes Panorama der Fjorde und des endlosen Meeres. Alles von einer großzügigen, 9 Meter breiten Terrasse aus. Mehr als nur ein Rastplatz ist dies ein Beweis für architektonische Exzellenz. Bestaunen Sie die wellenförmigen Konturen des Pavillons. Verkleidet mit unseren hochmodernen Pilkington Insulite Protect Isolierglaseinheiten, bestehend aus Verbundsicherheitsglas mit einer durchscheinenden, weißen PVB-Folie, vereint es Isolierung und Ästhetik nahtlos. Im Vorbeifahren werden Sie den Drang verspüren anzuhalten und den atemberaubenden Blick auf die Natur und die Architektur zu genießen.